Nun leiten wir ganz elegant zu Ihnen, Herr Rohrmeike. Als Rapper haben Sie den Namen King Orgasmus One. Und stimmt das, Sie sind der Erfinder des Brutalo-Raps? Waren Sie der Erste sozusagen in Deutschland? Nein, Brutalo-Rap nicht. Es ist einfach ein bisschen erotischer. Und ich habe das Wort Porno-Rap erfunden. Porno-Rap. Und Sie sind ja auch Pornoproduzent. Ja. Ja, das ist übrigens keine ungewöhnliche Kombination. Also das wissen viele nicht. Es gibt auch in Amerika sicherlich unter Ihren Vorbildern auch Rapper, die gleichzeitig Pornoproduzent sind. Das scheint irgendwie dicht beieinander zu sein. Damit wir ein bisschen genauer wissen, wovon wir reden. Eigentlich wollten wir einen Ihrer Songs einblenden. Aber dann haben wir doch Skrupel bekommen in Bezug auf die Zuschauer und Zuschauerinnen. Aber wir sollten noch ein bisschen wissen, wovon wir reden. Und ich lese mal einen Ihrer Texte vor, wenn es recht ist. Das heißt, du nichts, ich Mann. Dazu treten Sie cool auf, wie die Rapper das machen. Und dann gibt es so eine scharfe Musik und Sie haben so eine Mütze auf. Ja, und die Brille. Ist das Ihr Markenzeichen? Nee, das war damals, also es war ein Hobby, mal die Musik zu machen. Und damals hat man eben, da war ich auch noch jünger und da hat man einfach provokant jetzt auch mal, ja, alles Mögliche von sich gegeben. Und da kam eben imagemäßig der Satz eben auch raus so. Aber heutzutage ist es ja mein Beruf und die Sachen haben sich auch geändert. Und die CD ist auch organisiert worden. Gut, dann lese ich mal einen Text vor von 2005. Ich kann auch einen von 2006 vorlesen. Aber der ist mir zu hart. Ich lese den harmloseren vor. Frauenfeind, Frauenfeind, Mädel, deine Sprüche sind alle für'n Arsch. Was quatschst du für Scheiße? Was laberst du mich voll? Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art? Ich komme nicht klar mit deinem Rumgelaber. Du siehst aus wie ein Stück Scheiße mit zwei Augen und einem Tanga. Halt dein Maul, Frau. Du gehst mir auf den Sack. King Orgasmus One fickt jetzt tief in deinen Arsch. Fotze. Mach mir was zu essen und danach gehst du putzen. So wie sich das gehört. Warum denkst du, du wärst was Besonderes? Du bist keine Lady. Du bist eine Hure. Hure, du dumme Hure. Refrain ist Hass, Frau. Du nichts, ich Mann. Das ist jetzt in derselben Track schon wieder das gleiche, wo wir eben drüber gesprochen haben. Fick mich und halt dein Maul. Ich könnte auch härteres vorlesen, das will ich uns jetzt ersparen. Aber das war ja der gleiche Song, sagen wir es mal. Der indiziert wurde, was Sie vorher gesagt haben. Du nichts, ich Mann, das ist der Sünde. Ja, ja. Deswegen lese ich auch vor. Von der suchte ja jede Menge. Ich kann Ihnen auch eine Strophe von diesem Jahr vorlesen. 2006 von Ihrer neuesten CD. Fick mich in die Fresse. Du bist eine Doppelhure. Ich fick in deinen Arsch. Ich bitte um Entschuldigung. Und danach leckst du ab. Blase, bis du kotzt. Aber kotzt auf meinen Schwanz. Die Pjos in dein Maul, bis die Fotze richtig brennt. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Nö? Es ist für mich eine, also ich mache Musik, das habe ich damals angefangen. Und für mich ist das auch eine Art Kunst. Das ist auch nur eine Art Provokation. Aber es sind auch halt Texte natürlich drinnen jetzt mit einem anderen Hintergrund. Und nicht nur so eine Sache. Wie kommt man eigentlich? Sie schreiben selber die Texte. Ja. Wie kommt man da drauf? Es kommt ja aus Ihrem Kopf, aus Ihrer Fantasie. Wie kommen Sie da drauf? Ist es das, was Sie auch anmacht? Was Ihnen gefällt? Oder singen Sie das nur, weil sich das gut verkauft? Nee, es ist halt wie so ein bisschen so ein Porno. Bloß eine Art von Musik. Hart. Und mit der Musik ist es so eine Sache. Ja, entweder ist es hart oder zum Feiern. So halt, äh, ja, halt auch ein bisschen Partystimmung. Also das, das, bitte. Glauben Sie denn, Sie provozieren damit? Wen provozieren Sie denn? Die Eltern kennen alle nicht ihre Texte. Die Jugendlichen kennen alle ihre Texte. Aber die provozieren sie nicht. Ja gut, aber ich mache ja nicht nur für die Jugend. Also meine Zielgruppe ist ja nicht darauf hinaus, dass ich jetzt unbedingt immer nur die jungen Leute damit ansprechen möchte. Also ich weiß, dass ich halt auch extravagante Lieder mache, die halt auch für das ältere Publikum sind. Ach so. Herr Romayke, sagen Sie, ähm, äh, ist schon klar. Ich bin halt auch nicht in den Medien so drin, dass ich jetzt auf Viva laufe und sowas alles. Herr Romayke, Ihnen ist schon klar, dass es ziemlich menschenverachtend ist, oder? Sie sind ja nicht blöd, oder? Ich unterstelle mal, dass Sie nicht blöd sind. Sie sind Berliner, sind ein Junge, der das Leben kennt. Sie wissen schon, dass es ziemlich menschenverachtend sind. Oder sind Frauen keine Menschen? Können wir auch darüber reden? Na doch, na klar. Nee, na klar. Aha. Also das ist ja, äh, ja. Sagen Sie mal, Ihre Freundin, was sagt die so? Ja, die findet Musik scheiße. Wahrscheinlich vor allem Ihre Musik, ne? Äh, na ja, generell hier deutschsprachigen, äh, äh, Wappmusik, so. Ach, der ist schon lieber, Sie versteht nichts mehr. Nö, das nicht, aber das ist halt so, so eine Sache so. Das ist halt mein Ding. Ich, ich feier das ja auch selber, wenn ich so, so eine Sachen mache. Also jetzt, wie gesagt, das sind, äh, 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 äh oder ja sind mehr jungs als mädchen in welchem verhältnis ich sag mal so 70 30 und in welchem alter es geht von würde ich mal sagen 16 aufwärts bis wohin von 16 er sind jünger was machen sie frau schon bot wir fragen die experten die erzählen ihnen sind 16 aber auch die leute auf ein konzert also die sache ist ja so dass die meisten konzerte sowieso ab 16 freigegeben sind ja deswegen sind die anderen nicht da aber hören tun die das alle gut aber dafür kann ich ja nichts wenn die im internet das rumsurfen das internet da da sind die größten perversesten sachen und je härter desto besser so nach dem motto und die kinder haben das sowieso oder jüngere leute haben es sowieso auf dem handy oder weiß ich was da haben sie ganz recht herr und sie sind ja nicht der einzige der sowas macht sie sind jetzt nur gerade jetzt sitzen sie hier jetzt müssen sie uns dazu mal und antwort stehen und das ist doch eigentlich schon ganz gut dass sie hier gekommen sind dafür bedanke ich mich denn herr bushido hat abgesagt so der hat nicht die eier gehabt wie man sagt zu kommen sie haben sie und sitzen da sagen sie sie produzieren ich sagte es eben seit 2003 auch pornos ich vermute mal das ist nicht so der kunstwille das ist er auch der wille was zu verdienen denn porno mit pornografie hat man glaube ich eine gewinnspanne von 500 bis 1000 prozent sie produzieren diese pornos in prag und nach eigenen worten werden die darsteller und darstellerinnen kommen aus den verschiedensten ecken aber werden auch angeboten von agenten aus osteuropa wir ahnen was das bedeutet ich wüsste jetzt gerne von ihnen sie machen seit drei jahren pornos ich wüsste gerne von ihnen was ist das erfolgsrezept bei einem porno was muss man tun und zeigen damit man damit kasse macht worauf kommt es an also sagen wir mal so also die große kasse mache ich jetzt noch nicht mit dem braun ist weil ein richter sagen wir mal so wenn eine feste firma die muss im monat fünf filme rausbringen damit sie überhaupt anerkannt wird und ich mache schon drinnen so mein 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 humor da drin also ich mache kunst auch zwischen diesen porto sachen sagen wir mal so aus einem porn aus einem pornos scheint mir das wort kunst entgegen ja die sind halt wirklich anders als ein normaler porno so wo man hier licht an macht hier hotel und zack zack sondern es ist ja so wie es in meiner musik ist dass man halt es auch immer ein bisschen nicht zu ernst nehmen sollte auch ein bisschen mit mit lächeln mit ein bisschen mit humor und das feiert so habe ich zwischen diesen pornofilm auch immer so eine sketch drin so wo ich dann auftrete und dann ist ein bisschen lustig ab geht also wenn es sie schreiben auch die drehbücher ja und sie sind auch zu schreiben ist schon nicht aber ich meine das kleine sketch stehen überlege ich mir schon ja ja also auch mal vielleicht haben wir nicht denselben sind für humor ich habe heute nachmittag einen porno von ihnen angeschaut ich gestehe ich habe mich die ganzen anderthalb stunden durchgehalten aber doch ziemlich viel und es fängt damit an dass sie selber den den hauptdarsteller spielen den wichtigen mann der da und da dort nun an so ein paar jungs drumrum und die sagen immer alter wisse alte denn und so ich glaube sie können jeweils drei wörter oder so alter scheiße und so genau so sieht es aus so sieht es aus ja aber das wird sich ja auch ihr vokabular durch ihre durch ihre durch ihre songs nicht sehr erweitern oder wir hoffen dass sie sich nicht erweitern dadurch und die erste szene die ich mit ihnen gesehen habe ist sie sind in einem ganz normalen reihenhaus also mit einer frau und eigentlich soll es jetzt zur sache gehen und dann werden sie aber unterbrochen und es klingelt und ihre kollegen warten sie müssen raus und sie gehen gehen raus und sagen hör mal ich weiß jetzt nicht mehr genau die worte also ich wollte da gerade mit meiner alten aber ich habe jetzt keine zeit mal geh du es ist ganz klar dass es ihre frau ist in dem film also die rolle ist ihre frau nicht ihre freundin die wir das ganz sicher nicht machen es gibt eben immer zweierlei sorten frauen es gibt so schlampen mit denen man so viele dreht und es gibt die anständige frau die man zu hause hat also also das ist also jetzt schon mal der einstiegswitz dass ein ehemann weil er keine zeit hat seine frau zu pumpen geht und zu seinem freund sagt besorgt du es ihr mal und die beiden da geht das dann los auf dem sofa die reden keinen ton zusammen ihr vater ist bankbeamter was sagt denn der dazu würde der sowas sehen guckt er sich so filme an das weiß ich nicht das ist erst jetzt auch auf rente und ich sag mal so hätte er ja zeit ja ich ja er hätte zeit und was er so irgendwie heimlich macht oder wie es bei vielen männern ist die auch in der ehe sind oder älter die die ich weiß es nicht aber also ich kann mir vorstellen dass jeder ältere mann oder so der holt sich auch mal ein porno oder interessiert sich halt auch dafür eine schöne nackte frau oder so ist ja nichts schlimmes ist ja okay und ich finde auch ist es nicht schlimm sich ein porno anzugucken so das ist halt das ist natürlich nichts für die jungen so junge leute unter 18 aber sonst finde ich das okay stellen sie sich mal vor das wäre umgekehrt sie werden dieses diese dieses diese fickpuppe wo man immer in die löcher reinhaut in alle löcher wie ich in ihren vorspenden gesehen habe sie können doch mal drüber nachdenken sie wird ja nicht gezwungen sie können die frauen die da in prag von agenten aus osteuropa herangekarrt werden werden nicht gezwungen das lassen wir uns noch mal wir kommen noch mal drauf zurück melanie nun leiten wir ganz elegant zu ihnen herum michael als rapper haben sie namen king orgasmus waren und stimmt das sie sind der erfinder des brutale raps waren sie der erste sozusagen in deutschland was brutale rap nicht es ist einfach ein bisschen erotischer und ich habe das das wort porno rap und sie sind ja auch porno produzent ja ja das ist übrigens keine ungewöhnliche kombination also ist das weiß wissen viele nicht es gibt auch in amerika sicherlich unter ihren vorbildern auch rapper die gleichzeitig porno produzent sind das scheint irgendwie dich fickt jetzt tief in deinen arsch fotze mach mir was zu essen und danach gehst du putzen so wie sich das gehört warum denkst du du wärst was besonderes du bist keine lady du bist eine hure hure du dumme hure refrain ist hass frau du nichts ich mann das ist jetzt der selbe track schon wieder das gleiche wo wir eben drüber gesprochen und halt dein maul es könnte auch härteres vorlesen das will ich uns jetzt ersparen aber das war ja der gleiche der gleiche song sagen wir mal ja indiziert wurde was was sie vorher gesagt haben du nichts ich mann das ist ja ja deswegen leise ich auch vor der suchte ja jede menge also ich kann ihn auch einmal ich kann auch eine strophe von diesem jahr vorlesen 2006 von ihrer neuesten cd fickt mich in die fresse du bist eine doppelhohe ich fickt in deinen arsch ich bitte um entschuldigung und danach legst du ab blase bist du kotzt aber kurz auf meinen schwanz die pfos in dein maul bis die fotze richtig brennt sagen sie mal ist in sowas eigentlich nicht peinlich es ist für mich also ich mach musik das habe ich damals angefangen und für mich ist das auch eine art kunst das ist auch nur eine art provokation aber sind auch halt da kam im mit schließlich die der satz eben auch raus so aber heutzutage ist es ja mein beruf und die sachen haben sich auch geändert und die cd ist auch ein text von 2005 ich kann auch einen von 2006 vorlesen aber der ist mir zu hart ich lese den harmloseren vor frauen feind frauen feind mädel deine sprüche sind alle für den arsch was quatsch du für scheiße was laberst du mich voll denkst du du bist lustig mit deiner verkackten art ich komme nicht klar mit deinem rumgelaber du siehst aus wie ein stück scheiße mit zwei augen und ein tanga halt dein maul frau du gehst mir auf den sack king orgasmus wand einander zu sein damit wir ein bisschen genauer wissen wovon wir reden eigentlich wollten wir einen ihrer songs einblenden aber dann haben wir doch skruppel bekommen in bezug auf die zuschauer und zuschauerinnen aber wir sollten noch ein bisschen wissen wovon wir reden und ich lese mal einen ihrer texte vor wenn es recht ist das heißt du nichts ich mann dazu treten sie cool auf wie die rapper das machen und dann gibt es so scharfe musik und sie haben so eine mütze auf ja und die brille ist das ihr markenzeichen das war das war damals also es war ein hobby mal die musik zu machen und damals hat man eben da war ich auch noch jünger und da hat man einfach provokant jetzt auch mal alles mögliche von sich gegeben und